Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß jetzt nicht, ob ich low-efforts habe, aber ich kann das gerade nicht einschätzen, weil mein NVIDIA-Problem ist gerade, ich muss immer in der NVIDIA-Systemsteuerung da irgendwas einstellen, das da... Also entweder muss ich, wie hieß das nochmal, auf Leistung stellen, oder auf 3D an, wie heißt diese... Profi-Einstellung da, wo man halt selber alles einstellen kann und ganz komisch, ich weiß nicht, irgendwas muss ich auf jeden Fall an Minecraft ändern. Aber ich weiß halt nicht, was... Irgendwas auf jeden Fall blockt meine FPS in der NVIDIA-Systemsteuerung, aber ich weiß halt nicht, was das ist, aber... Kann man nichts machen? Pilze, ganz komisch. Knuffel-Esel. Ja, Jungs, ich habe eine neue Maus. Was heißt neue Maus? Aber Max und ich haben Mäuse getauscht. Ich habe ihm meine alte Deathfeller geschenkt. Der Knuffel ist aber ganz hart. Achso, der Knuffel cheater, glaube ich. Ja, also entweder hat er 1 MS oder minus 5 MS, oder er cheatet. Eins von beiden. Ja, okay, ich glaube, er hat minus 3 MS. Ja, er möchte kein Lockback bekommen. Und Max hat mir seine Dings gegeben. Seine Deathfeller Chroma, die benutze ich gerade auf, weil die Elite war mir echt nicht so nice. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier. Oh Gott, ich hasse solche Leute, die einfach gar kein Lockback nehmen wollen. Weil gegen die kannst du nicht... Ja doch, du kannst das gegen die machen, aber es nervt halt. Du musst halt da mehr... Ein bisschen mehr schritzen. Genau. Okay, da fährt ein Lastwagen jetzt mal vorbei. Ich muss sagen, die Maus ist viel besser. Re-Craften geht gar nicht mehr bei mir. Ich habe es komplett verlernt. Ich glaube, das war das Schnellste, was ich jetzt noch mittlerweile kann. Schneller geht auch nicht mehr. Ich bin wirklich so verkackt mit allem. Aber was soll ich machen? So. Auf jeden Fall, Deathfeller Chroma. Ich bin wieder glücklich, dass ich die habe. Es tut mir auch irgendwie leid um die Elite, aber was soll ich machen? Die ist halt... Ich weiß nicht. Ich finde die Elite echt scheiße. Und jeder, der sagt, dass er Monster büßen kann, kann damit. Absolute dreiste Lüge. Entweder macht ihr damit... Keine Ahnung. Entweder habt ihr eine komplett andere Maus als ich. Oder... Ihr habt keine Ahnung was, Alter. Ohne Spaß mit der Elite will ich jemanden mit einer Handcam einfach Maus verbüßen sehen. Und dass er dann auch richtig krasse Refills damit macht. Das will ich mit eigenen Augen sehen. Äh... Wen verhalten wir dann? Der war eigentlich nicht so... Ach, egal. Wir suchen uns einfach. Uh, warte mal. Ich sehe da einen Mandada. Also Obito oder was auch immer. Oh, der ist ein Schicksal, glaube ich, der eine. Oh, der will mich jetzt wieder. Und ich habe ihn. Oh, der hat so übel viele Pilze. Dankeschön. Und tschüss. Aber er tankt das noch. Cringeless. LMAO. Da-da-da. Es geht auf jeden Fall besser rein mit Refills. Aber ihr wisst, ich bin sowieso absolut... Ja... Nicht mehr aktiv. Deswegen... Ich kriege nicht mal mehr die Refill-Bewegung hin. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege es nicht hin. Mir fällt es auch langsam ein bisschen schwer, schnell zu klicken. Auch im Inventar. Mein Inventar-Movement ist, by the way, auch irgendwie weg. Ich weiß nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht mehr so viel spiele, aber... Ja, ich möchte das gerne auch behalten. Deswegen will ich jetzt nicht auch komplett Rusty werden. Also gibt es ja diese Warm-Ups. Vielleicht sollte ich das einfach jeden Tag machen, dass ich einfach wieder ein bisschen... reinkomme. Oder halt das jetzt wieder ein bisschen... Okay, da habe ich die geploppt. Was? Okay. Cheatet der? Ja, okay. Der cheatet. Alemão. Oder? Hä? Junge, ganz komisch. Hä? Der gibt so komische Hits. Und der... Hä? Junge. Also ganz komisch, was ich hier wieder auf... Der dumme Hund. Der dumme Hund. Schnauze! Schnauze! Junge, ich werfe jetzt den Stein rum. Äh! Äh!